Hallihallo meine lieben Mitzucker und Mitzuckerinnen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft GT New Horizons und hier geht es gerade schon irgendwie ab. Ab. Aus. So. Ober im Po. He! Ai, 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 ai. Okay, wir gucken uns erst mal hier im Garten, ob da mittlerweile was... Ich muss unbedingt mal ausleuchten, hier ist alles so duster wie im Arsch von näher. Was brauche ich denn dafür? Ich hab noch ein paar Fackeln. Ich darf vielleicht noch mehr Fackeln? Fackel, 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 Fackel. Nope. Wir lesen das Rezept. Boah, hier ist Nadina Freyheim, es ist so lame hier dran. Kohle und Sticker, das ist ja Standard, okay. Okay, das kriegen wir noch hin. Dann mach ich mir doch mal ein bisschen Holzkohle. Vorausgereist das funktioniert, aber ich denke doch mal schon. Ernsthaft? Ich kann mir keine Holzkohle hier machen. Nein? Charcoal. Wir lesen das Rezept dafür. Okay. XP Bucket? Okay. Anpacker. Da brauche ich einen Pyrolyseofen für. Gott. Oder ein Plast Furnace. Wobei ich da auch kein Holz drin verbrennen kann? Ernsthaft? Oh Gott. Coke Oven. Coke Oven. Coke Oven wäre vielleicht noch eine Idee. Puh. Mann, 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 Mann. Ähm. Ich könnte mir vielleicht noch ein bisschen Bone Meal... Ach ne, das ging ja auch irgendwie anders. Wie ging das denn? Da braucht man einen Hammer dazu, oder? Ne? So. Ah, diese Rezepte hier, die machen mich fertig, ey. Bone Meal. Als Belohnung. Grindstone. Grindstone. Wood Ash. Fractured Bone. Da, Mortar. Mortar, Mortar. Habe ich sowas? Habe ich einen Mortar? Ich war irgendwie der Meinung, ich hätte schon mal so ein... So ein... äh... Sowas gemacht? Anscheinend nicht. Da machen wir jetzt mal einen Mortar. Der kann ja auch nicht so schwer sein. Mortar. Als Belohnung, als Belohnung. Steine und zwei Flint. Okay. Aber... Ich glaube, ich habe keinen Flint mehr. Fuck. Nein. Ich habe keinen Flint mehr. Okay, dann müssen wir mal... Na gut, im Dunkeln brauche ich jetzt nicht loszuziehen. Dann legen wir uns mal hin. So. Okay. Dann gehen wir mal... Mal die Türen zu. Also gut, wir brauchen Flint. Boing. ... Oh, das ganze Lavendel kann ich auch nicht mehr sehen, ey. So, da war die Goblin-Hütte. Wir gehen mal da hoch, würde ich sagen. Das ist noch ein Hühnchen. Blueberries nehmen wir natürlich mit. Auf den Berg. Oh, was haben wir hier? Ey. Minimum-Cravel-Oar. Ähm. Oar bauen wir mit der Schaufel ab. Fuck, wenn unsere Schaufel... Ah! Erschreck mich doch nicht so. So. So, du erschreckst keinen mehr. Wäre geil, wenn ich jetzt auch noch Flint raus bekomme. Aber ich glaube... Eher nicht. Hallo? Hast du es eingesammelt? Habe ich Flint bekommen? Nein, natürlich nicht. Aber da oben gibt es bestimmt Flint. Was ist denn das da für Material? Und natürlich auch noch auf dem Silverwood-Baum. Um mich umgucken. Den brauche ich auch noch für ein Quest. Oh, das sieht nicht gut aus. Das Lehm? So ein Berg aus Lehm? Krass, ja. Was haben wir hier? Copper. Nehmen wir auch mal mit. Boing. Boing. Okay, also wenn ich mal Lehm brauche, weiß ich auf jeden Fall wo ich Lehm herbekomme. Ich muss was essen. Das bringt nichts mehr. Steak? Ah, das bringt nichts mehr. ich habe doch dings bekommen wie habe ich denn daraus jetzt noch mal flint ge... ah 3 nebeneinander ok ok aber das reicht auch nicht für den mortar da brauche ich noch mehr alter was ich finde krasse scheiße kletter mir mal hoch alles neu wenn ich hier runter falle bin ich sowas von tot ui was ist da? kohle? ist das kohle? kohle ohr sehr geil ich könnte auf jeden fall mal fackeln machen wow so ist jetzt gut hier mit... ne? ok das sammeln wir auf jeden fall erstmal das brauchen wir definitiv kohle 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 da ist auch normale kohle dabei hier hat kohle wenigstens mal noch einen wert weil man nicht alles mit holz machen kann ist ein bisschen laggy ich habe besser mein bett einfach mit geholt dann hätte ich mir hier oben ne höle bauen können und da schlafen hinterher ist mir immer schlauer ne? auf jeden fall kann ich die bude ausleuchten das ist schon mal gut so das, 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 das und das hm da oben habe ich alles so das sollte jetzt erstmal reichen ich könnte mir hier einen Marker setzen wie ging das denn nochmal? ne nicht so 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 waypoint waypoint neuer waypoint da gibt es äh coal save ok alter das geht einfach noch weiter hoch ey wir gleich in den Wolken ich bin über den Wolken nice was ist noch ein Hefenbaum? ist das der heilige Baum des Lebens? ne ist nur ein Output krank wo steht denn die Sonne eigentlich? keine ahnung ich glaube ich sollte mich aber lange noch mal auf den Heimweg begeben boah ist das hier steil kann ich, kann ich Wolken abbauen? juhu, Wolken einstatt drauf springen naja, sink mal bis auf den letzten, äh, Block runter da hier 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 was haben wir da noch? da haben wir doch auch noch was interessantes ist das noch Aluminium? ja wird mitgenommen verdammt 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 hmmm gut, ne Schaufel könnte ich mir jetzt hier vor auch auch keine craften ist das eine Witch? oh ne, das ist die Olle ja Low Forest so gut, in der Richtung ist auf jeden Fall mal kein Silverwood leuchten wir jetzt mal hier aus warum wachsen die überhaupt nicht? kack da nimmt der dem zu viel Licht? ne, kann eigentlich nicht sein hier wäre eigentlich auch noch genug Gravel das könnte ich vielleicht einfach auffüllen mit Erde zur Not das wäre eine Idee BraUI waj tu strat we craften ok wir brauchen eine neue Schaufel die werden jetzt mal noch ein bisschen Ich glaube, ich craft direkt ein paar Fackeln, 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 Fackeln. Das muss ich jetzt aber... Verdammt. Kann ich... Das kann ich jetzt gar nicht einbrennen, oder? Geht das so? Nö. Da brauche ich richtige Kohle und so. Ah, das geht. Ach, gut. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sehr schön. Ich habe Kohle. Was kann ich denn aus Alu machen? Ich will fertiges Aluminium. Was kann man denn da draus machen? Boah. Zeigst du mir jetzt, was ich damit machen kann? Hallo. Nee. Duralumin... Okay. Aluminium Nugget, Aluminium Inget. Da ist doch. Use. Nee. Davon den Use. Was ist das? Sieht aus wie ein Auspuff. Okay. Aluminium Platte. Okay. So ein Mist. Dust. Block of Aluminium. Alter. So. Der Rest schmelzt mir auch. Wo sind denn der? Dann craften wir uns ein paar Fackeln. Ich komme da raus. Drei jeweils. Nicht gerade die Welt. Aber muss langen. Und zack. Jetzt habe ich zumindest mal 18 Fackeln. Gehe ich mal ins Bettchen. Sehr schön. So. Hier in diesem Innenhof. Schimpfe ich das Ganze mal. Wird auch ausgeleuchtet. Habe ich die Treppen vom Dach da gelassen? Ja. Sehr schön. Kann ich da oben drauf auch noch ausleuchten. Leuchten. Ach komm. Komm um die Ecke. Und hier auf dem Dach. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich zumindest mal sehe, was in meinem Garten hier abgeht. So. Okay. Eine Focke habe ich noch. Für den Notfall. Und ich muss wieder essen. Da steht doch jetzt 100%. Ah. Das heißt, ich bringe auch was. Aber jetzt nicht mehr. Ah super. 0% Hunger. Geil. Ich habe Essen. Aber ich habe doch nichts mehr zu essen. Sehr schön. Gut. Jetzt werde ich mal den. Kann ich eigentlich auch mal eine Türe machen? Oh. Hier ist auch noch. Gravel. Das ist kein Gravel. Sieht zwar nicht so schön aus. Aber ja. Ich brauche halt Gravel. Außerdem kommt hier mal noch irgendwie eine. Ein Türchen hin. Ich muss mal hier noch ein bisschen. Ein bisschen Terraforming machen. Und dann beende ich die Folge auch hier an dieser Stelle. Sage euch schon mal vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und. In diesem Sinne. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Tschüssi.